Musik Hi, bitte! Okay, bitte! Bitte! Hi! Hi! Schatz! Ja, so letzten damals eben aus dem Grund, weil ich schaue bei den Mineralstoffen verbrachte und so. Und für mich ist es leichter, mit dem durchzuhören und ein bisschen schauen, wie das geht und das macht alles viel einfacher. So, jetzt haben wir die Buttermilch vom Butter Trend. Das ist die echte Buttermilch, die hat auch noch Butter gesehen. Ja, ich sage auch, für uns ist das unsere Sommerresidenz. Wir machen zwar unsere Arbeit und alles, aber das haben wir nur Präsidenten oder sogar der Papst, nicht? Und wir. Und wir.